Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillah wa salat wa salam wa rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in Liebe Schwestern im Islam Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran Suche al-Fusilat, die Einfeste Suche wa man achsanu qawlin min man da'il Allah wa amila salihan wa qawla innan im muslimin Besten Wort ist besser, sehr dazu Allah ruft und Gutes tut und sagt, wahrlich ich gehöre zu den Gottergebenden. Und deswegen Alhamdulillah, heute sind wir zu Besuch in Münster gleich gibt es inshallah noch Vorträge in einer Wohnung und ich will euch alle motivieren auch an der Street-Dawa teilzunehmen denn wir müssen den Radius dieser Dawa vergrößern, man möchte den Islam zerstören, man möchte die Muslime von der Religion wegbringen, ihnen beibringen der Islam ist eine Religion, die nicht die absolute Wahrheit darstelle und deswegen muss sich jeder Muslim so gut bemühen, wie er kann wenn er wenig Wissen hat, kann er Flyer verteilen, kann er Bücher verteilen kann er CDs verteilen, kann er Videos verteilen und jeder sollte so viel lernen, wie er kann wenn der Prophet Alayhi Sallallahu Alaihi Wasallam hat gesagt Wer rausgeht um Wissen zu lernen der ist auf dem Weg Allahs, bis ins Verkehr jazakum laukher an die Bishwista Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh